Klasse, Leim! Leim! Ne, da hab ich sie drauf! Ja? Ja, ich hab das heute wirklich drauf! Leim! Was ist das jetzt? Bitteschön! Wir haben uns, wir haben uns, es war langweilig! Wir waren zu lange weg, da haben wir uns langweilig, da haben wir uns ausgedacht! Aus, 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 der Kinderwart eigentlich! Ja, ja! Die ganze Zeit hat zerflüsslich! Bleib! Opa! Danke! Bleib! 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 Das ist jetzt gar nicht gestellt, oder? Nein! Überhaupt nicht! Ja! Die kleine Fragung sind auf. Das ist eine Frau auf den Bild! In der roten Jacke, der Herr, bitte! Können Sie einen bisschen auf die Seite fahren mit Ihrem Rad? Bitte! Das wirkt jetzt nicht römen, irgendwie! Bleib! Bleib! Ja, und so können Sie sich ein bisschen vorbeuten, nicht so ganz nach hinten, genau so. Ja, so ist es besser. Und Ihnen haben wir jetzt von hinten. Leute, jetzt überfordern wir die Hunde. Ja, ganz, ganz ein bisschen näher. Wir haben jetzt auch Hunger, ehrlich gesagt. Das ist eigentlich so keine beeindruckt. Jetzt haben wir... Ja, ja, bitte ganz schnell. Ich habe es uns so lange überlegt. Und jetzt klappt es natürlich wieder nicht. Und einmal hierher, bitte. Und einmal hierher, bitte. Das dürfen Sie nicht unsicher machen. Das schreien Sie immer. Jeder macht sein Chef, das ist schon ordentlich. Jetzt haben wir es aber jetzt auch. Danke. Danke. Jetzt essen wir eine Kleinigkeit. Nee, nicht.